Ich bin Jonny Brenner, Head Coach der U19 und ich bin das Unicorn of the Week. Ladies and Gentlemen, please welcome! Ich habe 1998 mit dem Spielen angefangen hier bei Unicorns. 2001 bin ich dann zum Coaching dazugekommen und seitdem jagen wir eigentlich dem Juniorball hinterher. Coaching ist für mich ein Privileg. Ich habe mittlerweile mit über 1000 Jugendspielern zu tun gehabt und freue mich jedes Jahr, neue Spieler kennenzulernen, Zeuge zu werden, wie sich die Jungs weiterentwickeln und möchte eigentlich nichts lieber machen als das. Unser Motto Made for More steht eigentlich dafür, dass unsere Jungs keine normale Jugendlichen sind, sondern Football-Spieler, von denen viel verlangt wird, die sehr hart arbeiten und sich auch im Laufe der Saison sehr gut weiterentwickelt haben und freue mich jetzt, dass sie einfach den Sprung geschafft haben und im Juniorball stehen.